Parivritta Bhakasana, die gedrehte Krähe, auch Seitkrähe genannt, Vivian bei Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Gib die Hände auf den Boden und gib beide Knie links neben den linken Oberarm, sodass der Oberschenkel auf dem Oberarm ruht. Das ist Parivritta Bhakasana, eine gute Gleichgewichtsstellung, die gleichzeitig eine gute Massage für die Bauchorgane ist und eine Dehnung für die Hüftkreuzbeingelenke und eine Drehung für die Wirbelsäule. Eine schöne Gleichgewichtsstellung.